So, der Bußkanal. Und zwar heute mal wieder mit den Bundesliga-Stickern von Topps oder sozusagen von Penny. Ab 10 Euro Einkaufswert ein Stickerpäckchen gratis, wie ihr hier sehen könnt. Und die gibt es dann auch in der roten Verpackung für 60 Cent zu kaufen. Haben hier zwei Gratis-Sticker und ja, offizielle Bundesliga-Sticker. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Päckchen an. Aha, aha. So. Einmal Alagui, Toprak, Zork, Mike Yadi und unsere Powerkarte ist einmal... Oh, sehr schön, sehr nice. Einmal das Bundesliga-Logo als Holo-Karte. Kommen wir gleich zum Zweiten. So, einmal FC Schalke 04, Puzzleteil, eine Hälfte, Werner, Zieler. Ochipka und unsere Powerkarte ist einmal FC Nürnberg-Logo. Und hier, sehr schön, das ist die Nr. 1. Sehr nice. Also, das waren zwei Päckchen Fußball-Bundesliga-Offizielle Sticker-Sammlung 2013-2014 von Penny, beziehungsweise von Topps. Pull, sehr schön. Eine Holo-Wappen sozusagen und natürlich die Nr. 1 Bundesliga-Holo-Wappen. Logo-Wappen. Und ja, ich hoffe, das wird euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.